Der Prinz sucht eine Prinzessin, aber keine gefällt ihm. Ich suche mir jetzt eine Prinzessin. Mein schöner Sohn, aber wo suchst du denn? Ich. Überall natürlich. In einer Gewitternacht kommt plötzlich eine daher, vom Regen nass und behauptet eine Prinzessin zu sein. Mich drückt etwas. Nun muss schnellstens eine Erbse heran, denn nur dann kann sich zeigen, ob sie glücklich eine ist. Liege ich wach, wie glücklich, vor langer Zeit, vor langer, langer Zeit, als weit und breit noch alle anders waren. Viel Glück! Ich freue mich ja schon so sehr auf die Hochzeit von meinem Sohn, eine Vermählung, endlich mal wieder ein großes Fest auf unserem Schloss. Und schläft sie? Schläft sie denn? Ich muss mal gucken. Sie kann sie schlafen. Nein, sieht nicht so aus, als ob sie schläft. Nein, sie schläft nicht. Sie dreht sich hin und her. Sie schläft nicht. Sie kann überhaupt nicht schlafen. Sie merkt, dass da was ist. Sie merkt das. Sie merkt das ganz genau. Sie kann überhaupt nicht schlafen. Wie sie sich wälzt und dreht. Dabei ist es schon elendig spät. Juhu. Sie macht kein Auge zu heute Nacht. Ja, sie merkt das. Sie merkt, dass da was ist. Sie merkt das ganz genau. Psst! 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 Vielen Dank.